Mal gucken, ob wir hier noch eine schöne Rote haben für den Galgo. Der frisst so gerne Stachelbeeren. Bitteschön. Lecker. So was hat ja die Welt auch noch nicht gesehen. Einen Stachelbeer fressenden Galgo. Es gibt ja wohl nichts Leckeres, ha? Leckereres auf dieser Welt. So, und dann haben wir aber auch nicht, dass du noch Bauchschmerzen kriegst davon. Ist das lecker, Lümmi? So, und was sagt der Ansgar dazu? Der Ansgar stellt sich auch an. Schmeckt das einem Ansgar auch? Fancy, schmeckt das? Schmeckt das gut, Ansgar? Du jetzt auch noch? Mein Gott. Nächstes Jahr brauchen wir noch mehr. Mhm. Vielen Dank.